Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 37 von Graveyard Keeper mit all den DRCs, die wir haben. Wir sind hier gerade am Eisenbahn machen und dann da hier die kleinen Stücke zu machen, damit wir einen Ofen hinkriegen. Das müssen wir jetzt hier machen und wenn wir dieses Teile fertig haben, dann können wir den Ofen bauen. So, dann gucken wir mal hier rein und nach dem Intro schauen wir dann weiter, wie das hier gemacht wird. Haben wir das alles, was wir brauchen? Drei von acht Teilen, das war es wohl nicht. Okay, dann müssen wir uns nach dem Intro noch darum kümmern, dass es weitergeht. Bis gleich. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir mehr Teile da fertigen. Und diesmal nicht sofort draufklicken, sondern erstmal hier, so drei, vier, hundert Feuer brauchen wir dann. Aber wir haben kein Brennholz. Gut, das heißt, wir müssen hier nochmal hin. Feuerholz. Machen wir mal. So, viermal Feuerholz bitte. Vielleicht gibt das hundert, weiß ich nicht, müssen wir gleich schauen. Zehn Brennholz gibt es dann, wenn ich einen fertig mache. Jetzt haben wir schon 20, 30, 40. Keine Ahnung, ob ich die letztens ausgepackt habe oder so. Okay. 270 Feuer gibt es da. So viel brauchen wir gar nicht, ne? 90, ne, dann brauchen wir hier so viel. Und da brauchen wir jetzt 100, aber jetzt ist hier 100 nicht. Also, wir sollten vielleicht auch draufdrücken, ne? Dann geht es auch wahrscheinlich mit dem Feuer. Das war der Restbestand da noch drin, ne? Ja, komm, jetzt so. Jetzt haben wir da vier fertig, ne? Was ist hier zu bauen? Holz, äh, nicht genug Ressource. Das heißt, da müssen wir mal hier vielleicht schauen, oder? Nee, nicht wirklich. Wo kriegen wir denn jetzt das? Achso. Doch, wir müssen schauen. Hier nochmal. Ich glaube, da brauchen wir doch diese rohen Bretter für, ne? Genau so ist es. Die kriegen wir ja doch dann da. Da und da. Und wir haben kein Holz dafür, oder? Dann müssen wir erst einen Baum haben. Also hier haben wir ja schon mal was erweitert. Kriegen wir hier einen Baum raus? Nee, ist gesperrt. Da ist er auch gesperrt. Okay, dann müssen wir mal hier. Da in der Ecke steht noch ein Baum. Können wir den fällen? Nee, können wir auch nicht fällen. Ah, der müsste aber gehen hier, oder? Ja. Dann fällen wir diesen Baum halt. Und kriegen jetzt hier so, den Baumstamm mit. Okay. Den legen wir hier hin. Und jetzt können wir hier fertigen. Die Bretter. Jetzt haben wir solche sechs rohe Balken. Können hier weiterarbeiten, oder? Nee, warte mal. Achso, ich muss vielleicht nur näher dran stehen, dann geht's schon, ne? Genau so ist es. Holzplanke wird gebaut. Ich weiß aber nicht mehr, wofür die war. Wir haben sie jetzt aber auf jeden Fall. Und die läuft erst recht langsam. Was war jetzt hier? Also hier waren keine Holzbretter drinne. Das muss woanders für gewesen sein. Hier brauchen wir den Ofen zwei. Und dafür brauchen wir noch komplexe Eisenstücke, die wir dann noch fertigen. Was sind das? Das ist Metallschrott. Okay. Einfache Eisenstücke und komplexe Eisenstücke. Können wir hier was ablegen mal, damit wir ein bisschen mehr Platz kriegen? Nee, ne? Friedhofsschrift. Zum Öffnen der westlichen Seite des Friedhofsverbänden. Aha. Was haben wir denn für einen Tag? Da muss ich gerade mal reingucken, was das mit dem NPC auf sich hat. Welcher das ist? Das ist hier. Der Kaufmann ist da. Handelslizenz. Habe ich aber nicht Handelslizenz, ne? Nee, ich glaube, das klappt noch nicht. Ja, Anpflanzen ist jetzt auch nicht so gesagt. Gemacht nicht gesagt, ne? Es sind keine Leichen da. Hat er was mit uns? Nee, da ist nix. Bis später. Jetzt können wir hier rüber gehen. Dann sind wir hier. Braucht man hier das? Also hier können wir das ja erstmal zu Ende machen, was da angefangen ist. Ja, hier, das müssen wir alles produzieren, damit wir Tinte kriegen. Dafür brauchen wir Grafit oder so, schwarze Sachen, ne? Also hier war das nicht. Wofür wir die Holzplanken brauchen? Das kann man alles da reinstecken und dann kann man mit dem Glauben hier was erforschen. Arbeitstisch. Untersuchen wir das mal einfach an dem Pilz. Essbarer Pilz. Hier kann es ja fallen in nix. Jetzt haben wir was gekriegt. Essbaren Pilz haben wir auch wieder gekriegt. Diese Geschichten, kann man die da reinlegen? Nee, leider nicht. Ne, das Papier, Holzplanke. Achso, das ist in der Kiste, okay. Ja, weiß ich auch nicht, was wir da weiter forschen müssten, ne? Wir haben auf jeden Fall keine Energie mehr. Kampfsaal, Kerze, Kerze. Nee, das ist jetzt alles nicht das, was ich brauche. Hier kann man was bauen aus den Holzplanken. Arbeitstisch. Entschuldigung. Alchemie-Mühle. Okay. Aber da sind zu wenig Planken für komplexe Eisenstücke. Und da brauchen wir auch noch hier so Handmixer wäre erst mal das erste, was wir vielleicht brauchen. Okay. Jetzt gehen wir mal kurz in die Kirche, gucken, was wir da noch machen können. Vielleicht war auch das hierfür, weiß ich nicht. Die Kirche hat neun. Ah, hier, Kirchenbank können wir da bauen mit Nägeln. Aber die war es bestimmt dann auch nicht. Nichts drinne. Bürgerrechtsmissarfsat. Königliches Legal. Das können wir alles kriegen. Bauerlaubnis. Rechtmäßige Handelslizenz. Die kostet mich 50. Okay. Dafür muss ich also ordentlich Geld noch berappen. Hier Aristokrat kann ich für 65 kaufen. Und dafür brauche ich 12, was Münzen? Keine Ahnung. Achso, ich kann mir 35. Okay, alles klar. Aber das waren Goldmünzen wahrscheinlich. Ja, okay. Da kommen wir erst mal nicht mit weiter. Und hier ist ja jetzt, also ein Holzbalken, Stein an Ohrenhalle. Okay. Der Friedhof hat eine Qualität von minus 6. Sieht ja eigentlich schon ganz annehmlich aus. Was haben wir hier noch zu bauen? Ah so, da brauche ich dieser gefertigte Steinschneider. Aber Steinschneider, okay. Gut, das geht noch nicht. Hier könnte ich ein paar Umrandungen reinmachen, ne? Geht das? Was brauche ich denn dafür? Geht hier gar nichts. Oh, und dann sehe ich hier die roten alle. Da habe ich Mist gebaut, ne? Das war nicht so dolle. Man stand auf dem Schild hier oben, dass ich die Westhälfte machen kann, oder? Na endlich, jetzt kann ich auch die Westhälfte des Friedhofs benutzen. Ah, ich brauchte gar nicht auf den Pfaffen da warten, sondern konnte einfach hier. Okay, das kann ich jetzt hier nicht abbauen, weil ich jetzt nicht genug habe. Jetzt lass uns Charakter gucken. Habe ich was zu essen mit? Die Pilze sind schlecht. Karottenschnitzel. Benutzen. 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 Ich glaube, das reicht erst mal. Dann können wir hier das grüne Zeug alle wegmachen. Brauche eine Technologie. Ja, klar. Machen wir erst mal das hier weiter. Okay. Können wir alles abbauen, ne? Die Bäume müssen wir dann fällen. Den kann ich noch nicht abbauen. Kann ich hier was machen? Ja, geht. Kann man den Zaun reparieren? Kann man wohl. Aber irgendwie will er nicht. Ne, kann man nicht reparieren. Da ist was hinter, oder? Ich sehe es aber leider schlecht. Ich glaube, den kann ich nicht fällen. Ne, kann ich nicht fällen. Qualität hat sich natürlich noch nicht verändert. Da geht noch nichts. Jetzt kriegen wir ganz viele grüne Punkte, ne? Für diese Wahnsinnsarbeiten, die wir hier machen. Jetzt ist unsere Energie gleich wieder weg. Aber wir können eine Karotte essen, dann geht es ja wieder besser, ne? So, jetzt... Ach, hat sogar noch geklappt. Dafür brauchen wir eine Technologie. Was? Da brauchen wir auch eine Technologie? Nein. Da habe ich nicht Energie genug für. Das heißt, wir essen noch mal ein paar Karottenschnitzel. Und dann können wir da noch weitermachen. So, fast fertig. So, die Bäume kann ich alle noch nicht abarbeiten. Da muss ich noch eine Technologie für haben. Okay. Hier geht aber noch was. Um den Baum ist noch was anderes rum. So, das geht alles nicht. Ja, hier den Zaun, der wäre auch schön, wenn man den schöner machen kann, ne? Da kann man jetzt komischerweise nicht hinterherlaufen, ne? Okay. Das passt erstmal, oder? Was kommt denn da als nächstes jetzt? Ach, wir haben schon... Ich glaube, Schlange ist das, ne? Der da kommt. Ja, aber da muss ich erst noch gucken, wie ich den da beschwichtigen kann. Wie komme ich denn an Schlange ran? Hier ist noch der Geist, ne? Und der andere Typ ist hier auch noch. Das kann ich auch noch nicht machen. Ja, hier ist reparieren. Dafür brauche ich die Klamotten alle, okay? Hier passiert nichts. Hier auch nicht. Hier ist etwas Öl. Okay, ich brauche Öl für den, okay? Dein Kuchen ist fertig. Okay, das ist das. Ein Kuchen mit einem Bronzestern wahrscheinlich, oder? Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Der ist da, ja. Wie kommen wir denn jetzt hier an unseren Mr. Ah, hier ist er oben, ne? Lass uns da mal gerade gucken. Aber das Ende der Versuche, ihn zu überzeugen. Ja, das müsste ich hier machen. Da brauche ich aber... Ah, shit, ich habe schon einen Glauben wieder aufgebraucht. Naja, dann ist das so. Was kann ich hier bauen? Tische und sowas, oder? Ne, Kiste. Okay, gut. Dann haben wir das, wissen wir das. Jetzt gucken wir erstmal hier draußen, wie weit das hier ist. Das müsste alles ziemlich fertig sein. Ist es auch. So, jetzt können wir hier... ...komplexe Stücke bauen. Ah, toll. Ich kann nur noch eins bauen, weil ich da noch einfacher Stücke bauen muss. Ja, dann lass uns erstmal das machen. Und wenn ich die habe, reichen die schon? Ich weiß es nicht. Fehlt ein 2? Ofen? Ne. Jetzt fehlen noch 3. So, die komplexen muss ich mit Einfachung erstmal anfangen. Und jetzt kann ich die komplexen nochmal bauen. Und dafür brauche ich 3 Stück. Kriege aber nur 2. Und pass auf, jetzt geht es nicht aus. Einen Balken fehlt mir jetzt, wetten. Energie ist auch alle. Die hat er, glaube ich, nicht gegessen, oder? Und jetzt fehlt mir der Dingens. Es ist super geklappt, oder? 4 Stück können wir machen. Dann brennen mal 4. Gut, was haben wir hier? Ja, da fehlt uns aus Eisen. Und da fehlt uns das auch. Gut. Hier können wir schleifen, brauchen wir aber nicht. Hier werden Büsche und Bäume gemacht. Haben wir auch nicht die Möglichkeit gerade. Das kann ich noch nicht abbauen. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Können wir die Pilze nochmal sammeln? Nochmal Pilze sammeln. Und da geht jetzt der Baum stumpf. Aber, ah, da geht ein richtiger Baum. So, den legen wir oben schon mal drauf. Okay, ist da schon einer fertig? Nein, das dauert eine ganze Weile. Und das ist schlecht, ne? Okay, aber es geht insgesamt, wie wir gesehen, wieder voran. Wir wissen, was wir tun müssen. Unten haben wir den, wie heißt der, Schlange. Als nächstes kommt wer hier mit dem Pfeil nach oben. Der Pfeil nach oben ist inquisierter. Bringe 20 Brennholz und 10 Flugblätter für die nächste Verbrennung. Ich weiß gar nicht, ob wir den Brennholz schon gegeben haben. Aber die Flugblätter. Die Flugblätter fehlt uns aber Tinte. Und Tinte, ja, müssen wir dann wahrscheinlich da irgendwie im Keller den Handmixer machen oder sowas wahrscheinlich, damit es da weitergeht. Ja, so ist es. Ja, bringen wir alle rüber. Obwohl, wir könnten die Pilze vielleicht doch andersrum machen. Drei Glaube. Und die können wir jetzt hier vielleicht zu irgendwas verarbeiten, oder? Gab es hier nicht so einen Pilzspieß? Ah, der war vielleicht hier schon im Ofen direkt, oder? Ne, aber da gibt es ja mehrere Rezepte. Hier den Kuchen will der haben. Bärensaft brauchen wir und... Gebäckteich. Hier ist nix. Hier ist Fisch. Ah, hier ist der. Okay, das geht nicht. Aber das geht. Und das läuft ja auch von alleine. Das ist Teich, das ist der Gebäckteich. Okay, da brauchen wir Milchkrug, da brauchen wir Hühnerei und da brauchen wir Mehl. Okay, das ist natürlich einiges, was wir da machen müssen. Aber ich würde sagen, wir legen uns erst ins Bett, schlafen noch runter, kriegen wieder Energie und in der nächsten Runde machen wir dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr es nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung überhaupt macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.